Einheit J Um die Einheit J montieren zu können, stellen Sie zwei H-Profil-Ständer Typ HGB in die bereits montierten Ober- und Unterprofile. Nach dem Stellen der Ständer montieren Sie den Türrahmen. Nun wird der Türsturz mit den mitgelieferten Schrauben an die beiden Ständer geschraubt. Nach dem Festschrauben des Türsturzes folgt das Einsetzen der Schwelle. Der komplette Türrahmen kann nun in die Aussparung des Unterprofils gesetzt werden, die begrenzt ist durch die vorher untergelegte Schablone. Die Schwelle wird erst festgeschraubt, wenn der Türrahmen exakt auf dem Platz steht, den die Schablone vorgibt. Nun wird der linke H-Profil-Ständer Typ HGB an dem Türrahmen festgeschraubt. Der folgende Schritt beinhaltet die Montage des Querträgers Typ DBS an den bereits stehenden H-Profil-Ständer und dem noch freistehenden H-Profil Typ HGB. Achtung! Der Querträger wird mit der runden Nase nach oben so in eine Richtung gesetzt, dass ein anderer Querträger für eine eventuelle weitere Einheit aufgesetzt werden kann. Nun wird der linke H-Profil-Ständer Typ HGB an dem Türrahmen festgeschraubt. Denn falls nötig, kann mit Hilfe dieses Stellfußes der Türrahmen ausgerichtet werden. Als letzter Schritt wird das Oberlicht eingesetzt, indem es zuerst in das Oberprofil geschoben wird und danach auf den Querträger aufsetzt. Achtung! Sie setzen das Oberlicht nur ein, wenn rechts und links neben dieser Einheit keine weitere Einheit montiert werden soll. Falls doch weitere Einheiten geplant sind, werden die Oberlichte erst nach Fertigstellen aller Einheiten montiert. Wenn eine Hartlastür anstelle einer Holztür eingebaut wird, müssen Sie an H-Profile und Türsturz einen Stellfuß einsetzen. Ihre Einheit je bzw. Wand ist nun fertig. Falls Sie die gleiche Wand nehmen, die bereits montierte Wand stellen möchten, montieren Sie auf die beschriebene Weise weiter. Falls Sie aber an die Einheit je eine andere Einheit stellen wollen, sehen Sie erst unter dem Punkt Z-Profile nach, welcher Ständer für den richtigen Anschluss der beiden Einheiten benötigt wird.